1, 2, 3, 4, nochmal, pum, 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 schön sauber, rausgehen, Faustus, Kick, nochmal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gut, nochmal, 1, 2, 3, 4, fall, 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 mach dich vorne, bleib kürzer, ja? Komm, dann mit dem Knie reinziehen, Posches, komm, komm, möchte, machst einen kurzen Weg hier, okay, mache nochmal, gucken Sie zusammen, einfach, 1, 2, 3, 4, hier ist das so, wenn man kommt, Da kann ich viele Wege offen machen, von der Technik her. Mein Ball ist hier, bin ich hier, aber auch ein, zwei. Hier lenken wir weiter, hier lenken wir weiter. Hier sehen wir schon, eins, umleiten, oben raus, zwei. Dann kommt der Schlag hier oben, bam. Dann könnt ihr den Weg auch offen machen, hier unten rein, kick hier. Aber wir trainieren von hier aus, jetzt halt raus, hier oben raus. Und machen vielleicht einen Hebel. Haltgelegen können wir hier hochklappen, hier, Haltgelegen innen. Das ist der Mann auch schon gewichert. Kommen die Beine mal rein, mach das mal. Eins, zwei, drei, greifen wir mal rein, bitte, Jörg. Eins, zwei, drei, bam. So, mit Hebel, Jörg an. Genau. Und noch mal andersrum zeigen. Locken, locken, Faulstoß, Kick. Und. Locken, locken, Faulstoß, Hebel. Ja. Also hier ist der Weg, noch mal ganz klein gesehen, mach mal Jörg. Hier blockt ihr außen runter raus. Hier macht ihr umgeleitet. Dann geht ihr zurück. Und dann ist der Faulstoß hier. Da sind die Wege offen. Hier sind die Wege offen. Guck mal, eins, zwei, drei. Kommt der Knie wieder rein, bam. Jetzt können wir wieder hier innen was gehen, ja? So. An der anderen Seite. Mich jetzt, was rausgehen aus der Technik. Okay, und dann den Hebel einsetzen. Pack mal, das du übelst. Geh hier rüber, mein zweiter Schlag, damit das passt. Du stehst es schon ein bisschen außen. Okay. Warm und geh auch mal. Bam. Ja, also sieht das schon ganz gut aus. Alles gut. Das sieht auch schon ganz gut aus. Ja. Pass auf, dann ist es gut. Du musst den hier ein bisschen weiter nach hier drehen. Weiter nach hier drehen. Dreh den so. Du musst dir das vorhin mir vorstellen. Drück mal das Mutter. Mach mal bam. Merkst du, der daneben geht. Dann dreh die Schutter mit. Genau, nochmal. Guck mal. Und zurück mit dem Weg. Jetzt geht es noch da. Jetzt geht es noch da raus. Ah, noch. Geh noch da raus. Und Faulstoß. Bam. Eins, zwei, drei, Knie. Ne? Eins, zwei, drei, Knie. Pack mal an. So. So. Komm mal näher ran.